Ja, so meine lieben Freunde, grüßt euch recht herzlich hier zu dem Dienstag Hertha News Video. Bei mir ist es ganz früh am Morgen, deswegen nicht wundern, warum meine Augen so klein sind, wenig schlafe. Ich bin heute aber den ganzen Tag nicht in Berlin und dementsprechend habe ich das Video jetzt heute Nacht vorbereitet und heute früh am Morgen aufgenommen. Also kann auch sein, dass bis das Video oben ist, schon wieder andere News dazu online sind. Worum geht es heute? Es geht zum einen um den Bericht von der BILD, dass Hertha wegen Bobic knapp 12 Millionen bekommt. Da will ich mal ein bisschen meine Meinung zu sagen. Dann geht es darum, wie viel weniger Geld denn unsere Hertha durch den Abstiegs-Safe schon mal bekommen wird. Da hat der Kicker einen Bericht zu verfasst. Und dann geht es darum, dass hat Hertha gestern selber veröffentlicht in der Pressemitteilung beziehungsweise die ausgeliebte Profi-Abteilung, die Hertha BSC, GmbH und Co. KGAA, dass Hertha jetzt doch die Anleihe verlängern möchte, was ja vorher erst eigentlich ausgeschlossen wurde durch den Kicker, dass man das eben nicht mehr machen will aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus etc. Und was da ganz interessant ist, warum gehe ich da auch detaillierter drauf ein? Hertha musste natürlich den Anleihgläubigern, also die, die in diese Anleihe investiert haben, muss die fragen, ob die die Anleihe verlängern wollen bis zu dem Zeitpunkt, wann es dann eben zurückgezahlt werden muss. Und hat dafür eine ausführliche Präsentation zur Verfügung gestellt, die man auch auf der Internetseite zu den Nordic Bonds eben findet. Und in dieser Präsentation geht es eben nun mal nicht nur ums Finanzielle, was auch interessant ist, sondern teilweise auch um sportliche Ziele. Und ich muss ehrlich sagen, aus dieser Präsentation habe ich mehr erfahren, als aus allen PKs, als aus allen Mitgliederversammlungen. Also da ging es auf jeden Fall mehr ins Detail. Ganz, ganz spannend. Möchte ich mit euch ausführlich drüber reden. Wenn euch diese drei Themen interessieren, bleibt gerne dran. Wir sind heute um 21 Uhr bei Nico Online zu unserem wöchentlichen Fußball-Talk. Zusammen mit Dennis, Grüße gehen raus, den Augsburg-YouTuber. Und werden einen interessanten Bundesliga-Talk haben. Damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, weil ich dann auch bald los muss, schießen wir direkt los mit dem Thema. Gestern habe ich ja mal ein Video gemacht und gesagt, oh, jetzt geht es ja richtig voran hier mit Benjamin Weber zusammen. Haben wir gleich, obwohl die Saison noch nicht mal offiziell abgeschlossen ist, die ersten zwei Abgänge eingetütet mit Santi Askasiba für rund zweieinhalb Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung plus Alderete für vier Millionen plus Weiterverkaufsbeteiligung. Richtig super. Wenn es so weitergeht in dem Tempo, dann vertraue ich auf Benni Weber. Wir haben ja auch Zeitdruck und der hat so eine schwere Aufgabe. Dann kam nachmittags noch ein Bericht von der BILD, dass wir quasi Bobic jetzt zwölf Millionen Euro zu verdanken haben. Da ging es zum einen um die Klausel von Kunja. Ich weiß nicht, warum sie das jetzt nochmal aufgegriffen haben. Wahrscheinlich, weil er einfach zwölf Millionen von Bobic so ungefähr im Titel besser geklungen hat, als wenn sie einfach nur von den beiden Ablösen von Alderete und Santi Askasiba gesprochen hätten, die eben rund sechseinhalb oder sechs Millionen bekommen haben. Und so konnten sie halt schreiben, geheime Bobic-Klauseln bringen Hertha zwölf Millionen Euro. Worum geht es da genau? Also da geht es darum, dass Santi Askasibas Deal ja wohl eine Kaufoption war und wir jetzt zweieinhalb Millionen bekommen, weil Estudiantes diese zieht. Also kein Deal von Weber eingeleitet, sondern eben eine Kaufoption gezogen von Estudiantes. Okay, können wir Bobic bedanken für diesen Transfer. Das Zweite ist, sie sagen, auch der Deal von Alderete ist am Ende von Bobic eingefädelt worden. Will ich mir auch gar nicht absprechen. Er hat ja die Laie eingefädelt. Und Retaffe zieht die Kaufoption in Höhe von viereinhalb Millionen. Da bin ich mir aber noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt so eben auch den Tatsachen entspricht, weil der Kicker ja meinte, Retaffe zieht die Kaufoption nicht. Aber sie verpflichten ihn für vier Millionen. Also dass sie quasi nachverhandelt haben, gesagt haben, nee, viereinhalb ist uns zu viel. Vier Millionen hat Benni Weber dann aber auch ja gesagt. Sei es drum. Das wird auf jeden Fall Bobic zugeschrieben. Ist ja auch okay. Er hat ja die Deals dann wahrscheinlich auch so eingefädelt oder hat er so eingefädelt am Anfang der Saison. Und Kunja hat er ja auch eingefädelt mit der Weiterverkaufsklausel. Der wurde ja zu den Wolves weiterverkauft mit 50 Millionen. Das geht dann in den Bericht auch nochmal um Piontek, der eventuell Hertha verlassen könnte. Gestern hat Salah Nitana 2-2 gespielt, wieder selbst zwei Tore erzielt gegen den AS Rom. Piontek hat von Anfang an gespielt, wieder kein Tor erzielt. Also dass die die Kaufoption im ungefähr zweistelligen Millionenbereich oder neun Millionen so in dem Dreh ziehen, gilt weiterhin als unwahrscheinlich. Aber angeblich soll der Sporting Lissabon und Girona interessiert sein aus der La Liga. Mal gucken, ob da wirklich was dran ist. Was mich nur ein bisschen gewundert hatte, also jetzt mal ganz ehrlich, entweder man, klar, die wollen natürlich auch Auflage haben, die wollen natürlich Klicks generieren, was ja auch völlig okay ist, das Geschäftsmodell. Aber warum genau muss die Bild jetzt nochmal Bobic so hervorheben, dass er unsere, seine geheimtollen Klauseln uns ja das Geld bringt? Also ist das so relevant und interessant oder dient das vielleicht auch ein bisschen dazu, nochmal zu sagen, weil ja auch die Presse viel auf Bobic rumgehackt hat, jetzt nochmal so zu sagen, ja guck mal, aber die ersten Transfers, die hat Hertha eigentlich Bobic zu verdanken. Also fand ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen, warum das jetzt so entscheidend sein soll. Aber gut, das ist vielleicht auch nur meine Meinung, ist eben selber überlassen. Für mich ist das eigentlich erstmal irrelevant, Hauptsache, wir werden die Spieler alle schnellstmöglich los. Aber natürlich, gerade ich bin ja auch einer, der Bobic sehr, sehr viel kritisiert hat, muss man das dann natürlich auch anerkennen, dass es durch ihn möglich war, weil er die Laien eben so eingefädelt hat. So wie man ja auch die Altlasten ihm negativ zuspricht, kann man ihm ja auch positiv zusprechen, dass er gute Laien eingefädelt hat, die dann am Ende funktioniert haben. Auch wenn es nicht viele waren, aber auch das kann man ihm ja dann positiv zusprechen. Ja, dann hat der Kicker ganz interessant mal aufgelistet, was denn Darmstadt jetzt mehr an Geld kriegt. Das ist für uns nicht ganz so relevant. Aber was denn Hertha definitiv weniger an TV-Geldern bekommt. Und der genaue Betrag wird wohl dann in der laufenden Saison auch durch Boni und so weiter noch ermittelt werden. Aber alleine aus dem Gleichverteilungstopf, also diesem Topf, wo jeder Bundesligist und jeder Zweitligist genau eine bestimmte Summe bekommt, da bekommen wir, da seht ihr mal den krassen Unterschied, statt knapp 28, also 27,9 Millionen, nur noch 7,2 Millionen. Also schon mal fast, oder schon mal mehr als 20 Millionen weniger. Weil wir in der zweiten Liga auch nicht mehr an den internationalen Vermarktungen beteiligt sind, bekommen wir auch nicht mehr diese 3,2 Millionen, die uns zugestanden haben, weil wir eben innerhalb der letzten zehn Jahre beteiligt waren am internationalen Geschäft. Das hatte der Kicker ja auch während der Saison schon mal berichtet, was denn so ein Abstieg unter anderem für Hertha bedeuten würde, weil wir eben am internationalen Geschäft innerhalb der letzten zehn Jahre beteiligt waren. Auch das fällt uns weg. Also man sieht schon hier, rund 23, mehr als 23 Millionen fehlen uns schon in diesem Bereich. Und da sind ja vielleicht etwaige Ticket-Einnahmen, wenn die Preise günstiger werden, oder falls weniger Zuschauer kommen, noch nicht dabei. Da sind weniger Sponsoring-Einnahmen noch nicht mit dabei. Also es ist schon allein auf der finanziellen Sicht echt ein extrem hartes Pflaster. Und aus der finanziellen Sicht kommen wir jetzt auch wieder quasi zur Lizenz. Ja, ein Knackpunkt der Lizenz, wie wir es schon so oft gehört haben, soll ja die Anleihe sein, die wir 2019 aufgelegt haben, wo es institutionelle Anleger gab, Pensionsfonds, private Vermögensverwaltungen und so weiter. Ich glaube sogar, Ingo Schiller soll da selber mit rein investiert haben, die uns 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt haben, mit 6,5 Prozent verzinst per annum. Quartalsweise wurden die Zinsen gezahlt und die jetzt im November 2023 zurückgezahlt werden müsste. Diese Anleihe haben wir damals aufgenommen, um KKR auszubezahlen, damit wir die Anteile an Windhorst veräußern können. So, dann gab es sogar in diesen Anleiheunterlagen eine Klausel, dass man diese hätte nach zwei Jahren vorzeitig beenden können. Das wäre dann 2021 gewesen. Und zu diesem Zeitpunkt hatten wir ja eigentlich den ganzen Geldsegen noch von Lars Windhorst, der zur Aufstockung des Eigenkapitals und eben zur Tilgung von Schulden genutzt werden sollte. Leider, warum auch immer, hatte man sich damals dafür entschieden, die Anleihe nicht vorher aufzulösen oder zurückzuzahlen und damit ja auch Zinsen zu sparen, sondern man ist davon ausgegangen, uns bringen jetzt zwei Jahre länger nochmal die 40 Millionen mehr, wenn wir die irgendwo anders rein investieren, dann zahlen wir lieber die Zinsen. Da kommt am Ende mehr bei rum. Haben wir gesehen, wie diese Milchmädchenrechnung aufgegangen ist? Nämlich gar nicht. Jetzt sorgt eben die Anleihe, die Rückzahlung dafür, dass diese Zahlungsfähigkeit, die nachgewiesen werden muss über die komplette Saison 2023, 2024, der größte Brocken ist, wo die Lizensierungsstelle, die DFL sagt, ja, da müsst ihr uns irgendwie nachweisen, was ihr da jetzt mitmachen wollt. Denn so sehen wir die Liquidität eben nicht gesichert in der zweiten Liga bei weniger Einnahmen, wenn ihr diese 40 Millionen noch zurückzahlen müsst. Und jetzt hat die Behärter, BSC, GmbH und Co. KGAA ein Statement veröffentlicht auf der Website und eben auch nochmal eine Präsentation dazu gemacht und will jetzt eben doch die Anleihe verlängern, sodass sie erst zwei Jahre später, also im November 2025 zurückgezahlt werden muss. Der Anreiz, der dafür gegeben werden soll für die Anleger, ist, dass der derzeitige Zinssatz von 6,5 Prozent, wo die Zinsen wohl auch schon komplett zurückbezahlt sind im Quartalsweise-Intervall, auf 8,5 Prozent erhöht werden soll. Ja, das Problem ist, dass aus unserer Sicht, dass wir das nicht einfach entscheiden können oder die ausgelieberte Profi-Abteilung das nicht einfach entscheiden kann, sondern sie muss da eben die Gläubiger beziehungsweise die Investoren um Zustimmung bitten. Und deswegen gibt es jetzt ein Verfahren, dass vom 26. Mai bis zum 17. Juni die Zustimmung dieser Anleger eben eingeholt werden soll. Das könnt ihr alles, wie gesagt, nachlesen auf der Hertha-Website. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gefunden habe, aber auf der Hertha-Website gibt es auch einen Link, wie gesagt, zur Präsentation, wo Hertha sich gegenüber den Gläubigern, den Anlegern in dieser Anleihe eben äußert. Und es ist so, das schreiben sie auch damit rein, damit dieser Antrag überhaupt zugelassen wird, damit es überhaupt zu diesem Antragsverfahren kommt, müssen erst mal so viele Anleger zustimmen, dass 50 Prozent des Nennwerts der Anleihe, ich fühle mich jetzt schon wie in einer BWL-Vorlesung, ich versuche das immer so einfach zu erklären, wie es geht, oder korrigiert mich gerne, wenn ich da was Falsches sage. Es müssen so viele Anleger zustimmen, dass mindestens 50 Prozent des Nennwertes, in dem Falle 50 Prozent von 40 Millionen, also dass mindestens Anleger zusammenkommen, die innerhalb die 20 Millionen da rein investiert haben, die müssen zusammenkommen, damit man sich mit diesem Antrag befasst. Und dann bedarf es nochmal einer Zweidrittelmehrheit, die dann zustimmen und sagen, ja, wir verlängern diese Anleihe um weitere zwei Jahre zu diesen Konditionen, die Hertha da anbietet, mit 8,5 Prozent Verzinsung statt 6,5 Prozent Verzinsung. Das heißt, auch hier wieder nicht Zweidrittel in der Menge der Anleger, sondern Anleger, die insgesamt zwei Drittel des Nennwertes betragen. Also in diesem Falle dann 66 Prozent von 40 Millionen, knapp 26,4 Millionen, wenn ich das richtig so gerechnet habe. Am 30. Mai findet laut eigener Aussage von Hertha da eine Anleihe-Investoren-Konferenz statt. Und da will man eben darüber auch nochmal ausführlicher berichten. Ab 6. und 20. Mai geht es dann quasi in die Abstimmung. In dieser Präsentation zur Anleihe, die über mehrere Seiten geht, die so ein bisschen wie so eine PowerPoint-Präsentation, eigentlich wie so ein Verkaufsdokument ein bisschen wirkt, in diesem sogenannten Anleihe-Update von Hertha verdeutlicht Hertha den Anlegern mal richtig klar, dass das Aufschieben der Anleihe der wichtigste, es steht da genauso drin, der wichtigste noch ausstehende Baustein ist, um die Lizenz zu bekommen. Der wichtigste, also da wird auch den Investoren gleich nochmal klar gesagt, ey, das ist der essentielle Baustein. Eigentlich machen sie quasi damit Druck und sagen auch das nicht unverblümt, sondern sie sagen, wenn wir die Anleihe nicht verlängern, das ist im Übrigen von der DFL so vorgeschlagen, ja, das ist von der DFL so vorgeschlagen, dass die Anleihe verlängert werden soll, wenn wir die Anleihe nicht verlängern und deswegen dann die Lizenz nicht bekommen sollten, dann werden wir insolvent gehen und dann ist die Anleihe für euch gar nichts mehr wert. Also so ungefähr stimmt mal zu, denn ansonsten könnte es passieren, dass eure Anleihe gar nichts mehr wert ist. Es ist nicht das Beste, was ihr euch wünschen könnt. Die Anleihe ist ja mittlerweile auch, glaube ich, um 18 Prozentpunkte oder so gefallen. Es ist nicht das Beste für euch. Wir wissen es, ihr würdet jetzt gerne dazu gehen, dass wir das zurückzahlen, aber wenn ihr es nicht macht, kann es sein, dass wir es nie zurückzahlen können, jetzt mal so ganz plakativ gesagt. In der Präsentation wird immer wieder betont, dass Hertha ja jetzt ein neues Management hat, das kostenbewusster arbeitet. Das liest man immer wieder. Dort wird dann auch immer wieder davon gesprochen, dass es ja Synergieeffekte durch den neuen Partner gibt, Triple Seven. Also zum Beispiel, dass es eine maximale Wertschöpfung durch Talententwicklung gibt, weil man auch mehr Scouts zur Verfügung hat als vorher, weil man eben auf dieses Scouting-Netzwerk von Triple Seven zurückgreifen kann, weil man weitläufige Management-Kenntnisse durch die Erfahrung der Triple Seven Group in verschiedenen Ligen weltweit hat, weil man eine bessere Effizienz hat durch die Nutzung von Dienstleistungen, also eben, dass Leute, die zum Beispiel bei Triple Seven angestellt sind, Hertha unterstützen. Dadurch bist du effizienter, brauchst nicht wieder tausend Leute einstellen, sondern kannst teilweise eben auch auf Arbeitskraft zurückgreifen von Triple Seven oder auch auf Technologien von Triple Seven. Da wird es wahrscheinlich auch um diese Analyse-Tools gehen, die ja auch teuer sind, also dass man da auch Geld einsparen kann und so wird es ein bisschen schmackhaft gemacht. Weiterhin wird gesagt, das, was ich ja für weiterhin ein sehr, sehr, ja, ambitioniertes Unterfangen halte, was ja schon auf den letzten beiden Mitgliederversammlungen eben auch betont wurde, dass im Rahmen der Konsolidierung bis zur Saison 2024, 2025 ein wirtschaftlicher Turnaround geschafft werden soll, also dass man bis dahin schwarze Zahlen schreibt, um es plakativ zu sagen, und das soll eben passieren, indem die Personalkosten für Spieler und Mitarbeiter in der zweiten Liga, und jetzt kommt es, um 60 Prozent gesenkt werden. Vorher war ja immer die Sprache von 30 Prozent, sollten sie gesenkt werden, falls wir den Nicht-Abstieg schaffen. Der ist jetzt um, also 60 Prozent. Das ist auch realistisch. Ich hatte euch ja schon gesagt, dass sowohl Werder als auch Schalke bei ihrem Abstieg vor zwei Jahren um rund zwei Drittel auch den Etat gekürzt haben. Also das ist eigentlich das, womit man hätte rechnen können. Sie schreiben selber also dann von rund 80 Millionen um 60 Prozent gesenkt auf dann rund 32 Millionen Euro. Also sieht man auch, in welche Richtung der Etat und die Personalkosten gehen sollen. Zumindest von der ausgegliederten Profi-Abteilung. Schwarze Zahlen wollen wir erreichen, steht da drin, durch Kostensenkungen. Ist also nicht davon abhängig, ob man weitere Umsatzsteigerungen generieren kann in Zukunft. Ja, das ist ja schon mal ganz gut, dass man sagt, man kann das erreichen nur durch Personal. Wir haben ja schon gesagt, wir haben eigentlich nicht ein Einnahmenproblem. Einnahmen sind auch teilweise gestiegen. Wir haben definitiv ein Ausgabenproblem. Natürlich in Corona-Zeiten hatten wir auch starke Einnahmenprobleme, alleine weil ja auch die Zuschauereinnahmen weggefallen sind und so weiter. Aber wir haben vor allem ein Ausgabenproblem und deswegen ist es nicht zwangsläufig notwendig, um in die Zone zu kommen, wo du nicht jedes Jahr zweistellige Millionen Verluste fährst. Es ist zwingend notwendig, die Personalkosten zu senken. Allerdings denke ich mal auch nicht, dass wenn wir jetzt sogar noch weniger Einnahmen generieren sollten, also wir sind nicht davon abhängig, dass wir mehr Umsatz machen, aber noch weniger Umsatz als jetzt schon geplant in der zweiten Liga, sollte es vielleicht auch nicht werden. Also ich glaube, da ist Hertha auch wirklich darauf angewiesen, dass wir ganz gute Zuschauereinnahmen haben. Mal gucken, was sich da mit den Preisen ergibt. Um noch weiter fortzufahren in der BWL-Vorlesung, jetzt nochmal genau, wie Sie es denn da drin beschreiben. Mit Abschreibung, sorry, mit schwarzen Zahlen ist hier explizit in diesen Ausführungen, in dieser Präsentation, der EBITDA-Break-Even-Point gemeint. Oh Gott, jetzt denkt ihr, was ist denn das jetzt schon wieder? Break-Even-Point ist ja immer der Punkt, ab dem, wenn man vorher Verluste fährt und dann sich positiv entwickelt, an dem man bei Plus, Minus, Null am Ende ist. EBITDA ist auf Englisch, jetzt kommt wieder mein tolles Englisch, Earnings before Interest, Taxes, Deprecation and Amortization. Also, ja, auf Deutsch so ein bisschen übersetzt, Einnahmen vor Zinsen, Steuern, Abschreibung und Abschreibung auf immaterielle Vermögensgüter. Also es klingt sehr, sehr theoretisch, ist aber jetzt für uns auch erstmal unerheblich. Das ist auf jeden Fall die Kennziffer, die da gemeint ist mit schwarzen Zahlen. Und das Interessante, was viel, viel interessanter ist, was dann im gleichen Satz gesagt wird, die Voraussetzung, um da eben diesen Break-Even-Point dann 2024, 2025 in der Saison zu erreichen, ist laut Hertha der direkte Wiederaufschick in die erste Liga. Also wir erfahren eigentlich aus dieser Präsentation sehr, sehr viele Sachen, was da so im Hintergrund alles geplant wird und wie es auch den Anlegern verkauft wird. Also die erfahren auf jeden Fall mehr über Hertha, als wir es von der Transparenz teilweise erfahren haben, muss ich sagen. Finde ich auch interessant. Ich bin gespannt, ob die sportlichen Verantwortlichen da auch so mit dieser Zielvorgabe in die nächste Saison gehen. Natürlich muss es an sich unser Ziel sein. Ja, aber bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also sie gehen davon aus und sagen, das ist das Ziel und das kann auch erreicht werden, aber dafür müssen wir in die erste Liga aufsteigen. Könnt ihr alles selber nachlesen, habe ich mir nicht ausgedacht. Interessant ist auch nochmal, wie Hertha, auch da voll viel eigentlich Transparenz jetzt endlich mal für mich drin, ist auch beschrieben, wie diese Lizensierungsgeschichte denn verläuft von der DFL. Man kann erstens oder A von der DFL einfach so die Lizenz bekommen, ohne irgendwelche Auflagen. Man kann eine Lizenz mit Auflagen bekommen, die im Laufe der Saison zu erreichen sind oder aber man kann bestimmte Bedingungen bekommen, unter denen eine Lizenz erteilt werden könnte. Bei Hertha ist es wohl explizit der Fall, die Lizenz ist mit einer Auflage vor allem in Bezug auf die bevorstehende Fälligkeit der Lizenz erhalten. Also wir haben erst mal eine Lizenz bekommen, aber dafür müssen wir eben die Fälligkeit der Anleihe, was habe ich gesagt, der Lizenz, müssen wir die Fälligkeit der Anleihe quasi verschieben, gewährleisten, dass sie bezahlt wird, wie auch immer. Hier steht drin, Hertha, also hier steht es drin als Emittentin, also die, die die Anleihe ausgibt, also unsere ausgeliederte Profiabteilung, wir sagen jetzt einfach mal Hertha, um es zu vereinfachen, muss bis 21. Juni die Anleihe wie von der DFL vorgeschlagen verlängern oder aber eine Finanzierungsalternative darlegen. Eine Finanzierungsalternative wäre unter anderem vielleicht diese Bankbürgschaft von 777 oder so, die ja auch schon im Raum stand, die es ja erst hieß, dass die das so machen werden. Ich weiß nicht, warum man sich jetzt doch wieder für diesen Weg entschieden hat, vielleicht, weil man gesagt hat, gut, 8,5 Prozent Zinsen können wir noch irgendwie gehen. Die Inflation ist im Moment bei 7,3 Prozent in Deutschland, im Fußball vielleicht sogar noch höher. Das Verhältnis, das Delta von Inflation zu dem neuen Zins, das ist ja eigentlich was besser als früher, wo wir 2019 Niedrigzinsphase hatten und dann 6,5 Prozent Anleihezinsen gegeben haben. Es ist alles sehr theoretisch gerade. Auf jeden Fall sieht man an diesem Text, das war der Vorschlag der DFL, diese Anleihe zu verlängern oder man muss halt eine Finanzierungsalternative darlegen bis 21. Juni. Das ist ganz interessant. Wir haben ja hier vorhin gesagt, 26. Mai bis 19. Juni sollen sich die Anleger dazu entscheiden und da abstimmen. Könnte natürlich auch sein, dass die Anleger schon bei der Konferenz am 30. bei der Anlegerkonferenz, bei der Investorenkonferenz schon am 30. Mai alle oder genug Leute zustimmen, um eben auf diese Zweidrittelmehrheit zu kommen. Dann hast du es vielleicht früher, aber wir sehen. Wahrscheinlich werden wir bis 21. Juni wissen, ob wir zumindest diesen Baustein, diesem Baustein, der entscheidend sein soll, ob wir den verlängert bekommen und ob wir in diesem Bereich dann die Lizenz bekommen können. Warum die Lage so prekär ist und warum aus Herthers Sicht das auch zu konservativ ist, was die DFL, wie die DFL die Lage der Liquidität einschätzt, haben sie mal an zwei Beispielen gezeigt. Sie sagen da selber konservative DFL-Annahmen, Beispiele. Zum Ersten, die DFL akzeptiert die Personalkostenreduzierungsplanung von Hertha nicht, da die Spieler noch unter Vertrag stehen. Also Hertha hat da wahrscheinlich reingeschrieben, ja, wir werden die Personalkosten um 30 bis 60 Prozent je nach Liga reduzieren, weil wir ja den und den und den und den Spieler abgeben und dann weniger zahlen müssen. Und die sagen aber, ja gut, aber die Spieler stehen, zum Beispiel Piontek, Schwolo und so weiter, die stehen ja noch bei euch unter Vertrag. Also zählen wir das nicht mit rein. Man könnte jetzt das so wie Hertha konservative Planung nennen, man könnte es aber auch einfach als Planung bezeichnen, die halt den Risikofaktor, dass du die Spieler nicht loswirst, die den einfach mit einbezieht. Wir werden schon spielerlos werden, wir sind ja jetzt auch die Ersten losgeworden. Aber ich meine, Hertha hat ja die letzten Jahre leider auch immer sich alles wahrscheinlich zu schön gedacht, wie man spielerlos wird, was dann am Ende nicht umgesetzt wurde. Also es ist vielleicht auch logisch, dass da das Korrektiv der DFL sagt, naja, wir gehen jetzt aber noch sind so unter Vertrag. Wenn ihr uns die neuen Verträge vorlegen könnt, dass sie nicht mehr bei euch spielen, dass ihr die Gehälter nicht mehr zahlen müsst, dann können wir ja drüber reden. Aber noch schätzen sie es so ein. Als zweites Beispiel sagt Hertha, warum die DFL so eine konservative Annahme hat und was uns so in Schwierigkeiten bringt, die Liquidität nachzuweisen. Sie akzeptieren auch die geplante Liquidität durch Transferüberschüsse, erst wenn die Verträge unterzeichnet sind. Da hat Hertha übrigens auch wieder, wie sie auch schon in der Bilanz oder war das in dem Halbjahresbericht, weiß ich gar nicht mehr, haben sie sich bei den Transferwerten von Hertha wieder auf Transfermarkt.de bezogen, was natürlich die sind, die am nächsten rankommen. Aber wo ja auch mal viele sagen, ja, Transfermarkt.de, das ist ja völlig irrelevant, weil das ist ja durch Schwarmintelligenz entstehen da die Marktwerte und so weiter. Trotzdem, selbst im Lizenzierungsverfahren wendet Hertha das an und sagt, hier, laut Transfermarkt.de sind wir 107 Millionen wert. Aber wir sehen ja, die DFL akzeptiert das nicht. Und daher haben wir halt diese Problematik, dass wir Liquidität auf andere Weise irgendwie nachweisen müssen. Auch wenn, es könnte ja sogar bedeuten, dass wenn alles ganz gut geht, dass es uns am Ende sogar besser geht als gedacht, weil viele Sachen, die jetzt für Schwierigkeiten bei der Lizenz sorgen, eigentlich keine wahren Probleme sind, wenn wir die Spieler loswerden. Weil dann geht es uns eigentlich besser, als wir uns das die DFL vorher hätte nachgesagt. Weil sie konservativ aus Hertha-Sicht natürlich ist. Die 100 Millionen von 777 wird hier auch nochmal beschrieben. Die sollen ins Eigenkapital von Hertha fließen. Großteil soll 2023, 2024 fließen und der Rest dann 2024, 2025. Es hieß ja vom Kicker, dass eine erste Tranche bereits bezahlt wurde. Da hatte Hertha sich ja weder in der Pressekonferenz noch jetzt auf der Mitgliederversammlung für meine Begriffe, korrigiert mich da gerne, explizit zu geäußert. Hier müssen Sie sich eben vor den Anlegern mal ein bisschen detaillierter äußern. Ich weiß nicht, wie viele jetzt in der ersten Tranche geflossen sind. Ich weiß nicht, warum das überhaupt alles so spät fließen soll. Ob das vertraglich so vereinbart ist. Aber ich sage ja weiterhin, Eigenkapitalerhöhung ist ja schön und gut. Aber zur Not, bevor wir die Lizenz nicht bekommen, weil die Anleger hier sagen, machen wir nicht, glaube ich weiterhin, dass auch 777 sagen würde, dann ziehen wir halt die große Zahlung, die eigentlich erst im Laufe der Saison geplant ist, eben vor. Und dann muss von einer großen Tranche dann eben die Anleihe bedient werden. Also das gibt einem dann auch vielleicht nochmal so ein bisschen Sicherheit. Auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, am Ende Anleihe verlängern, dann haben wir doch in zwei Jahren genau dasselbe Problem. Gut, wir gehen ja davon aus, dass wir bis dahin, da sind wir ja schon mal von ausgegangen, kann natürlich wieder schief gehen, kann ein Wetter auf die Zukunft sein, aber wir gehen ja aus, dass wir bis dahin eben keine roten Zahlen mehr schreiben und uns gesunden und das dann eben von der Eigenkapitalerhöhung von 777 eben noch was da ist. Aber auch das kann ja mal auf die Füße fallen. Wir haben ja teilweise schon Zahlungen vorgezogen für Leistungen, die wir noch erbringen müssen, die können ja in den Jahren dann wieder fehlen. Es wird jetzt immer wieder darüber gesprochen, dass wir mit Sport5, dem Vermarkter, der noch einen Vertrag mit uns hat, bis 2025 vorzeitig verlängern wollen und eine Signing-Feed in Millionenhöhe erhalten wollen, ebenso mit Ausrüster Nike. Obwohl man ja eigentlich gesagt hatte, Sport5 wollte man vielleicht nicht verlängern, weil man die Vermarktung vielleicht lieber selber durchführen wollte und somit eben Geld sparen oder mehr Geld einnehmen wollte oder vielleicht die Vermarktung sogar verbessern zu können. Aber man sieht dadurch, wir sind halt wie ein geplagter, normaler Schuldner, der dann immer wieder dazu gezwungen ist, irgendwelche Deals zu machen, wo wir nicht gerade in der besten Verhandlungsposition sind, weil wir einfach auf frisches Geld angewiesen sind. Also mal gucken, ja, kann auch so sein, als Beispiel jetzt, wir kriegen die Lizenz und dann stehen wir in zwei Jahren, weil wir nicht aufgestiegen sind, wieder an dem gleichen Punkt oder nächstes Jahr und können wieder, oder sagen wir mal in zwei Jahren, wenn dann die Anleihe wieder zu bedienen ist, stehen wir wieder an dem Punkt und sagen, ey, wir können die Anleihe nicht bedienen, was machen wir jetzt? Also es bleibt knifflig, selbst wenn wir die Lizenz bekommen sollten und man sieht, wie trotzdem weiterhin, auch wenn ich noch so gesagt habe, naja, wenn ich baue was halt langsam auf, man sieht, was für ein Druck eben auch da drauf ist auf dem Kessel, wie es Herr Brüggemann damals schon gesagt hat, um eben auch den direkten Wiederaufstieg aus finanzieller Sicht, vielleicht sportliche Entwicklung hätte man länger Zeit, aber wie viel Druck da wirklich drauf ist, das relativ schnell wieder hinzubekommen, um dann eben sich auch finanziell zu gesunden und nicht eben nur zu konsolidieren. Ich bin gespannt, wie wir das hinkriegen. Ihr könnt euch das auf der Hertha-Website, diese Präsentation, wie gesagt, anschauen zu den Nordic Bonds, zu der Verlängerung, ist sehr, sehr interessant und ich muss sagen, ich habe viele Sachen erfahren, die ich sonst bisher nirgendwo in der Kommunikation erfahren habe. Wie gesagt, sie sind ja auch natürlich dazu verpflichtet, sie wollen ja was von den Investoren in dieser Anleihe, also müssen sie ja da auch ein bisschen detaillierter sich zu äußern. Ich bin sehr gespannt, wie das in der Zukunft mit Hertha wird. Wir arbeiten da wirklich an allen Fronten, muss man ganz klar so sagen. Benni Weber hat einen extrem schwierigen Job, vielleicht den schwierigsten Job in Deutschland oder Europa, aber auch unsere gesamte, oder unser Geschäftsführer Tom Herrig hat eine Riesenaufgabe auch für die Zukunft. Ich bin gespannt, ob wir diesen wirtschaftlichen Turnaround, diese Konsolidierung hinbekommen, aber ich gehe weiterhin davon aus, dass wir dieses Jahr die Lizenz bekommen, ob jetzt durch eine Verlängerung der Anleihe oder eben dann zur Not eine Bankwirtschaft oder Triple Seventy irgendwie eine Tranche vorziehen. Also wenn man sich das so anguckt, wie sie es da schreiben, vielleicht ist es jetzt auch positiver dargestellt als es ist, keine Ahnung, aber dann gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass es irgendein Szenario gibt, in dem wir tatsächlich keine Lizenz bekommen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Also spätestens am 21. Juni müssten wir ja dann mehr wissen. Vielleicht wissen wir auch schon mehr am Tag der Investorenkonferenz, dann am 30. Mai. Ich bin sehr gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt jetzt mich hier, weil ich ja relativ freispreche, ich habe zwar viel abgelesen, aber relativ freispreche, um die Uhrzeit habe ich jetzt nicht zu viel da durcheinander gebracht. Hab gerne Korrekturen in die Kommentare rein und gerne auch eure Meinungen dazu rein, was ihr denn davon haltet. Ich meine, der Vorschlag kam ja von der DFL mit der Verlängerung. Dem will man jetzt erstmal beipflichten und andere Finanzierungsmöglichkeiten erstmal nicht versuchen. Das wäre dann vielleicht das letzte Mittel. Gerne mal eure Meinung zu all den Themen rein, auch zu dieser Bobic-Thematik, auch zu den weniger Fernsehgeldern. Und wir sehen uns heute Abend 21 Uhr im Stream. Und wenn es heute noch neue News geben sollte, dann können wir die abends, wir sind nach dem Stream mit Nico auch noch bei mir online, machen auch noch Reactions unter anderem auf Ibo und Bilal. Und da können wir dann auch noch, falls jetzt irgendwelche Transfer-News kommen, diese besprechen. Und ansonsten gibt es ja morgen dazu wieder ein neues Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklären können. Und in diesem Sinne, hao he. Bis später, bis morgen, wie auch immer. Bleibt der Hertha treu. Bis später, bis morgen, wie auch immer.